Big FM Saarland mit Deutschlands Bigsten Beats. Ich bin nicht allein im Studio, mitten in der Saarbrücker City, sondern zwei unfassbar gut aussehende Mädels sind bei mir. Stellt euch mal ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Isabella und ich bin die Sophia. Okay, warum seid ihr hier? Ihr betreut ein ganz interessantes Projekt, ne? Wir sind junge Journalisten, die für Grrrr schreiben. Wie jetzt Grrrr? Grrrr. Ja, dann erklärt mir mal, was ist denn das ganz genau? Also das ist ein Online-Portal der Großregion und wird von jungen Leuten gestaltet, richtet sich auch an junge Leute und wir berichten einfach laufend über spannende Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, die in der Großregion stattfinden. Es gibt auch Ausgeh-Tipps. Ja, also ich meine, ich wusste ja vorher nicht, was Grrrr eigentlich ist, aber was sagen eigentlich die Menschen in der Saarbrücker City, wenn man sie auf Grrrr anspricht? Schnurrkratze, keine Ahnung, Katze. Sid aus dem Film Ice Age. Also mir eine Frau sehr gut gefällt, da kann ich auch schon sehr auf Grrrr sagen. Und ihr habt es ja gerade eben schon angesprochen, ihr macht das Ganze für die Großregion. Was ist das ganz genau? Die Großregion ist eigentlich der Zusammenschluss oder die Zusammenarbeit auch in der Kultur von fünf Regionen und zwar dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen in Frankreich, Luxemburg und der Wallonie. Ja, und wir waren wirklich erstaunt, dass die Leute in Saarbrücken, die selbst Bewohner der Großregion sind, oft gar nicht gewusst haben, was die Großregion ist. Großregion, sagt mir jetzt nicht ein Tipp vielleicht. Also ich weiß gar nicht, um welches Thema es überhaupt geht. Ja, fällt mir eine größere Stadt ein einfach, ja. Großregion, ja, Samosa, Brücke, Umgebung, alles. Das sagt mir ein Film in Französisch. Eine Großstadt mit vielen Leuten, mit viel Inhalt. Also Freunde, Grrrr ist euer Projekt und man findet dazu Informationen auf natürlich eurer Internetseite, aber das wird natürlich ein bisschen interessant geschrieben. Wo muss man ganz genau draufklicken? Auf grrrr.eu, das heißt grrrr mit 5 R, für jede Region 1 R, .eu. Und da gibt es alle Informationen rund um die Großregion, tolle Beiträge und unfassbar süße Mädels auch zu bestaunen. Also reinklicken auf grrrr.eu und euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende, ne? Tschüss. Untertitelung. takes two hours. Tschüss. Vielen Dank.